Loll, es hat nicht aufgenommen. Wow, ist okay. Also, da ich jetzt gerade die Stadt verpasst habe, noch mal willkommen zurück zu einer neuen Folge MW2. Hallo, äh, okay. So, mit mir, äh, im Denim-Team und Heiko und Janis. Hallo. Irgendwo ist ein Echo. Einer ist wie lang. Einer ist wie lang. Wie lang? Ah, du bespielen. Kanntest du, hast kein, kein Ninja oder so. Ja, das war scheiße. Wisch mich forschen! Was ist mit Heiko los? Entschuldige, ich höre jetzt auch meine AC-Äros. So, jetzt geht's los. Ich habe keine AC-Äros. Wollte ich gerade hochkommen. Ja, ich weiß. Maaah! Das ist jetzt zuerst. Das Ziel verteidigen. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Nee. Nee. Das ist jetzt ganz schlecht. Mua! Mua! Jetzt zählt's. Bring die Mission zu Ende. Christi ist ein Stier. Lala. 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 Ich bin ja nicht! Lala. 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 Wie lange ist die Drohne noch? Lala. Lala. Wie ist die Soknoll? Wo ist der? Lala. Der ist hinten bei uns. Hinten bei uns. Das will ich mich verarschen. Jedenfalls war der, äh, ganz, ganz links drüben. Wo ist es links? Ja, genau, da. Lala. Also, in Mitte, Mitte jetzt. Da war der irgendwo. Lala. Lala. Ich glaube ja, dass er da jetzt nicht mehr ist. Lala. Ja, sonst hätt's ihn ja gesehen. Ja. Die Zeit wird knapp. Geh, Heiko. Die Zeit wird knapp. Was für Zeit wird knapp. Ich hätt' ja meine Claymore gelegt. Ach, ne, halt, die hab' ich ja gelegt. Juno, loo. Juli, wo hab' ich sie gelegt? Ich weiß eh wo. Weiß kein Mensch. Echt weiß ich wo. Ja, bei der A-Trippe von der Mitte. Die Bombe wurde platziert. Ganz endlich. Erzgeschütz. Guck dir das an. Nein, ich hab' ihn noch kurz gesehen gehabt. Oh. Drück nochmal G. Warum G? Ist bei mir E. Ähm. Gerne sie sich, ich wär' da vorhin schon fast reingelaufen. Echt jetzt? Jep. Und warum war ich fast? Weil ich sie gesehen hab' und wieder zurückgegangen bin. Äh, hätt' sie halt hegemacht. Ne, dann hast du ja gewusst, wo ich wär'. Schucki. 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 Das Ziel war immer. Danni, nein. Ich hab' schon drei, aber das Spiel, das ist voll und fährt. Hey, das ist voll und fährt. Egal. Egal. Vergängst du mir. Du bist auf dich alleine. Danni, du bist nicht. Alter, war rektor, Mann. Deni, du bist nicht mehr Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Einmal eine Tür zu machen. Hast du nicht sturmfrei? Trotzdem mach' ich die Tür zu. Okay. Gut, ich mach' mal Tür zu. Obola. Shit. Ich hab' ihn gesehen. Danke, dass du geschossen hast. Warum hab' ich da nicht abgedrückt? Wie ich da noch hingeguckt hab'. Wer ist jetzt der? Wer ist jetzt der Lila auf WhatsApp? Was? Wer ist der Lila nicht? Deni, bewegen! Deni! Hallo sagen wir! Alter. Christi. Ähm. Okay. Da, wo Jan ist, halt immer ich im Camperhaus hinten. Boah! Kämpftet der auch noch, oder wat? Hä? Von hinten? Hä? Ich bin ihm die ganze Zeit hinterher gelaufen. Die Treffer kam, kam von vorne. Ja, krass. Nein, die sind durchgegangen, wahrscheinlich. Ja, wegen, äh, Feuerkraft Pro. Und. Ja, Mann, will ich. Deni. Versuch's gar nicht. Lass' es doch. Du schaffst's eh nie. Ja, weil, der hat ne ACR und ich bin, weil ich hab' keine Pirx. Du schaffst's nie! Du, der letzte. Bring die Mission zu Ende. Was?! Oh! Oh, schade! Oh, schade, Juli! Du schaffst's nie, Juli! Guck mal, wie! Jetzt mal ganz die Mensch. Was hat die für ne Range? Hat die ne Range von 20 Metern, oder was? Guck dir das mal an! Guck dir das mal an! Alter. Alter. Ich hatte sich halt meine Pro-Klay. Kein Pro-Klay. Das ist nicht. Fuck, Clay, alter! Nichts anderes. Das Ziel der Zeit, Juli. Warte mal. Ja, jetzt gott der never! Lol, von wo? Den hab' ich aber gar nicht gesehen. Oh, ne Witz hat der G-Snipered. G-Snipered. Gott. Hat da grad jemand gesmogt, das hört sich so an. Nein! Alter, nein! Willst du fang nicht mal an zu rennen? Und kann nicht so schnell schießen. Heiko war auch noch da unten drin, gell? Grad eben. Pass auf, da kommen jetzt die Schüsse. Da. Na Gott. Die kam viel früher eigentlich. Okay. Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Handys sei ruhig. Wo? Du warst schon in der Auto, ne? Heißt, es ist gut gemacht, Herr Juli? Ja. Aufklärungsdrohne online. Du bist ein Spacken, Alter. Wann mach ich mir noch ne Aufklärungsdrohne? Ich grieße drauf. Ach du Scheiße. Läuft. Was? Wie bist du so schnell? Hast du Wunderklasse? Nein. Kann ich gar nicht so schnell sein. Vollhaft. Von wo? Ah, von dich, Bob. Oh lol. Ja klar! Ah, wie viel schluckt der? Es ist schlimmer. Ja, da, 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 da. Äh. Äh. Hinter dem Sofa an der Front. What? Wir haben uns verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Alter. Ja klar, Alter! Das ist Wallhack! Was für... Was für ein Wallhack, Alter! Äh. Danny, nein! Nein! Oh! Danny, ich töte dich in der nächsten Runde. Nein, 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 nein! Ich hör auf, Juli! Hä? Was? Der war schon, da hab ich geschoben, mein Dreck. Du bist als einziger Übergang. Ja. Oh 4 oft m find Auf Avenn ihnen gehört a t b b d 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 sich Ich hab... Ich lerne was von Fehler. Total! Was tut ihr? Ihr habt härteres Kaliber. Aha. Ja. Alter Heik, what the shit einfach. Der ist ganz hinten. Ja, guck nicht meine Waffe bitte an. Ey, ich bin tot, du full Hank. Wo schießt denn der? Ich bin auch nicht gehackt, man. Wieso flasht du dich selber? Der flasht sich selber. Ich bin die flasht nicht mehr losgeworden. Böhm. Ich war... Ich bin die Gewohnheit oder hey, denn ich kann nicht mehr Ungl堆, wie gesagt hat... ich wusste dass du noch mal der Koffer schüttelhaft Euro einfach gewohnt hat ist da nur mein Gott das soll er kommt nach dem Acker mit 2 wir haben es auch hier ist wieder kleine Juli das Wort dann ist die um die allein und wenn Moly geht das sind wir nur noch zu viert ja keiner geht merkt der Anwander nur die wird sich noch einfach erhält wo die Uhr zu die Perle Hey, wake up! Woody? Ernest? Huh? Holst du dir Paddy? Mal gucken... Also, die Frage war, holst du dir Paddy jetzt? Nein. Okay. Schade. Petticoff am Herbst. Der geht wissen. Lol... Mich da voll ein Bild der Geigentliche voll hingeguckt haben. Atergelegte. Atergelegte! Atomboe bubhammet! Oh mein Gott! Das heißt, ich habe hier eingegangen. Dass ein Herz. Was? Ne, 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 ne. Wir haben die Runde verloren, aber es ist also eine Woche zu erledigen. und letztlich sagt auszeitenwechsel ist ein guter Zeit die Sitzung ein als B Koffe 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 an ich wusste da gehe ich extra langsam um die Ecke er kennt also ultimativ ja ich wusste dass du da kommst und dieser immer lang oder so gut wie immer ja so gut wie immer das Ziel verteidigen ich war schon hinter der Wand du scheiß Wichsen wichs seine Mutter wichser wichs seine Mutter ins Gesicht ich war mir grad sicher dass da einer war waaan wo kamst du jetzt her jetzt pass auf ich war mir grad sicher dass da irgendeiner war irgendwie ist er gekommen die laufen so voll einfach mal auf die Augen Heiko schießt da einfach dann rein du die du die du die du die du die du die Nein, einer ist glaube ich mit der gegangen gerade. Huiiii, Mami! Alter, das war grad Bad Aim von mir, aber richtig schlecht. Oh Gott, Alter! Er ist auf der Treppe. Wartet wer? Was machst du eigentlich? Wirklich! Das ist taktisch. Wer ist jetzt der lila, ne? Und in WhatsApp? Es gibt kein lila! Da, der, wo geschrieben man das in derettecke war. Das ist QR-Schlitz. Ja. Nice Danny. Danke. Oh, ja, das hol man noch. Ne, 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 andere Klasse. Ne, Heiko, ne. Dachtest du? Ja, natürlich dachte ich nicht. Alter, Modi, was tust du? Modi, ich geh den Camper aus. Wie schnell ich tot war! Wie schnell er tot war! Ach, Juli. Du bist ja immer! Bis 3 Uhr bin ich jetzt hellwach. Wie du mich einfach mal nicht gesehen hast. Nein, wer ich da stehen geblieben wäre, wobei gelaufen wäre. Alter, wer ich da stehen geblieben wäre. Boah. Das Ziel zerstört. Nein, nein, nein. Nicht, dass ich dachte, was du sollst. Ja. Oh, Gott! Du hörst mich nicht. Das macht das alleine. Boah. Hat die Nate überhaupt was gemacht? Ja, ich wollte noch abhauen, aber dann war es. Runde raus. Alter, wie die Clay da entgegenfliegt. Das Ziel zerstören. Das Ziel zerstören. Vorräte sind unterwegs. Aufklärung ohne online. Tremel darfst ran, wo Jan ist ich. LOL! Oh ne, A330 oder EMP. Hä? Alter, nicht schlecht. Der ist hinten in seinem Camperhaus. Warum gehst du da überhaupt lange? Warum bist du tot? Weil mich die Vorräte kaputt gemacht haben. Hütter musste sein! Ja, wenn ich... Ja, nix, ja. Ja, nix, 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 nix. Ja! Ja trotzdem! Die 12er hast du nun zerstören. Das Ziel verteidigen! Mudi ist da! Oh Gott, der schreckt mich noch zuhause. Ah nein! Ah nein, jetzt wird er in meine Clay reingedappt! Oh scheiße, sorry. Wollte ich nicht. Nein! Ich habe mir überlegt, in dein Fenster reinzulaufen. Ja. Hätte wahrscheinlich auch nix geändert am Tod. Wer sprayt da? Wirklich? Nein! Hab ich dich geflasht? Ja. Ich habe nur eine Flasch geworfen, aber zwei. Bist du, wie sehe ich immer ab, wenn ich jemanden sehe aus Streck? Da kommt, also einer ist oben mit dem Fenster wieder. Ach, jetzt ist der da draußen. Modi, du machst ganz gefährliches Zeug hier. Ich weiß, wo ihr sind bei den To... Ich hab grad... Wahrscheinlich ist er da. Ich hab was... Der ist unten bei... Der... Ja, da. Blatt da. Ja, da. Blatt da. Das ist oben bei den Toiletten. Das ist oben bei den Toiletten. Ich bin ja gar nicht Was ist denn diese Scheißmusik dabei? Na alter lol wie das bei mir gelagert Wer immer so penetrant kämmt Ja wenn der mich abschießt Ich hab dich nicht mal draus genommen Ich weiß aber ich hab den Schuss gehört Du hast ihn auch gesehen Ja hab ich auch Na gut Pass auf Weiter geht's Alter Alter Abdeckungsmanöver Das der war Da bei dem Fenster wieder Waaaaaah 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 Ich hab sie gewonnen Ich hab sie aufgenommen Ja wir sagen vielen Dank wirst du schon Und bis zum nächsten Mal Tschüss Auf Wiedersehen Ja Desklar Wir bah US zum nächsten Mal